Sind Sie vielleicht die oder der, die oder den ich suche? Denn ich halte Ausschau nach zielstrebigen Personen, nach Leuten, die in ihren eigenen vier Wänden richtig viel Geld verdienen wollen und dabei eine Geschäftsidee nutzen möchten, die im Moment boomt, boomt und boomt. Welche Idee ich meine, möchten Sie wissen? Ich spreche von Hörbüchern. Hörbücher zu Hause produzieren und von den eigenen vier Wänden aus weltweit vertreiben. Ich kann Ihnen sagen, das hat Zukunft. Ich selbst veröffentliche seit vielen Jahren gefragte Ratgeber. Ich habe also jede Menge Erfahrung darin, die hohen Luftblasen unter den Geschäftsideen von den wenigen wirklich fundierten Konzepten zu unterscheiden. Und die Idee namens Hörbuch gehört wirklich zu den wenigen, mit denen Sie ordentlich Geld machen können. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie mit einem ganz durchschnittlichen PC, einem ganz normalen Mikrofon, einem überzeugenden Text und auf Basis meiner Erfahrungen und Vertriebsmethoden zu Hause ein nachhaltiges, höchst lukratives Geschäft aufbauen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher